Anweisungen zum sterben so ja er bleibt liegen nicht nicht bewegen sonst haben wir einen bug so was ist denn jetzt hier töten m1 wieso macht das denn nicht da kann man das auch von vorne sehen oh wow okay dankeschön so jetzt gucken wir uns hier mal den mori an ja von vorne sieht es auf jeden fall schon mal besser aus als von hinten so onkel bin beim packen für den umzug macht mir gut und auch ne ja es geht mir mühe alter nice ich meine ich habe schon bessere moris gesehen aber schon okay kann man machen so